So, nochmal, warum machen wir das? Hier hinterher zu gehen, um eine Balance zu haben. Damit wir nicht so hinterher gehen, wie so eine Mittelübung. Okay? Hier, nochmal. Erstmal, Finti. Warum machen wir die? Damit er nicht so schnell kontern kann. Entschuldige mal, einspannen, dann kommt er schnell kontern. Jetzt, Finti. Links, rechts. Meinten, links, links, rechts. Meinten, links, rechts. Meinten, links, rechts. Meinten, links, links, rechts. Meinten, links, rechts. Die Meinten, könnt ihr gut machen, indem ihr den Fuß drüber dreht und die rechte Schulter über die linke Faust dreht. Nicht so stark. Nicht die Hand hier runterziehen. Nicht so gehen. Dann kann ich die linke Hand kassieren. Leicht.